Heute ist dein erster Schultag. Bist du bereit? Und wenn du da fertig bist, gehst du in die Nachmittagsbetreuung, wie ich dir das erklärt habe. Mach ich, Mama. Ich freue mich schon so sehr auf die Schule. Ich freue mich. Mach auf. Amo. 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 Du brauchst gar nicht so zu gucken! In unsere Clique kommst du sowieso nicht rein. Ähm, schade. Darf ich mich zu dir setzen? Eigentlich mag ich keine Mädchen, aber wieso nicht? Ich bin Geraldine. Francesco. Wieso ist immer so schnell mein Pudding leer? Hier, nimm meinen Pudding. Danke. Wir machen immer eine Pause vor der Hausaufgabe. Was ist das? Hey, guck mal da, die Hose. Hey, Luisa, lass die Schlüssel los. Vergiss es, der gehört dir nicht. Eine weiße Rose und der Schlüssel gehört bestimmt der Schule. Der ist jetzt in meinem Besitz. Bitte hinsetzen. Das ist jetzt in meinem Besitz. Danke. 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 Guck mal, wer da ist. Na, wen haben wir denn da? Was habt ihr denn da? Gib mal her. Niemals. Holt euch das Buch! Lauf, Francesco! Hallo. Wir haben ein altes Buch in der Schule gefunden. Ihr habt ein altes Buch gefunden. Darf ich mal sehen? Mhm. Wisst ihr, was ihr da gefunden habt? Das ist das echte Tagebuch von Willi Graf. Und ihr wollt das dem Museum geben? Ja. Wow. Also eins kann ich euch versprechen. Das wird einen Ehrenplatz im Historischen Museum bekommen. Vielen Dank. Bitte. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.